Sie haben uns schon so ein bisschen überrascht, gerade so im Rückschlagbereich, da waren sie doch sehr, sehr aggressiv. Da haben wir eher gedacht, dass sie uns eher Chancen geben, um Punkte zu gewinnen, aber da hatten wir dann doch ziemlich Probleme gehabt. Wir waren am Anfang auch ein einfachen Punkte gegen sie gewonnen und im offenen Spiel haben sie eh eine Menge Durchschlagskraft in ihren Schlägen, gerade mit der Vorhand, aber haben auch mit der Rückhand gut gespielt beide und daher war es ein enges Match.